So, herzlich willkommen zu einem weiteren Port der epischen Let's Played-Necke-Online-Zagabend. Just wait a minute. Ich habe sicherlich wieder ein paar Freundschaftsanfragen. Ja, ein paar. Den muss ich annehmen. So. Und ansonsten kein... Wieso, wieso, warum? Wir uns einfach Dreamteam Liga 4 gönnste dir, wa? Ähm. Mir fällt jetzt mal ganz schnell auf, Alter, dass hier der Sound total leise ist. Aber ganz hart leise. Also so richtig leise. So leise, leise halt. Nein. Also so richtig leise halt. So 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 leise. Ihr versteht, was ich meine? Nein, ich auch nicht. Aber was soll's. Ich dreh mal den Sound ein. Ein wenig hoch. Ja. das relativ leise naja du meinst du bist da da fällt mir ein moment screenshot sooo und 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 ich krieg vom feinsten die geschwöre ich schwöre ich schwöre ich schwöre die liegen da ein wenig minen powder hin minen powder hier nie ist klar ist klar ist klar wie klorbrühe nee weißt du was ich meine ich auch nicht oh ja baby tschüss mir an oh zwei kurz hintereinander wie episch ist das denn so der auch noch let's own this sucker ja baby oh baby oh baby i want to see your baby oh baby and want to see it baby baby i want to sing up baby oh baby i want to see it Ihr wisst ja. Wie ging das nochmal? Ui, ua, ting, tang, wala, wala, bing, bang. Ui, ua, ting, tang, wala, wala, bing, bang. Und jetzt alle. Ting, tang, wala, wala, bing, bang. Okay, gut. Nein, 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 nein. So weit kommt das gar nicht. So weit geht es nun gar nicht. Es geht eigentlich eher darum, dass ich voll der Sprinter bin. Also wenn es darum geht. Und? Und bei New Star Bitches. Oh, tschikalaka, uchikalaka, uchikalaka, uu, 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 tschikalaka, uchikalaka, uu, uu. Ich weiß ja nicht, wieso sie alle auf mich gehen, als ob ich irgendwas hätte. Habe ich was zu verschenken? Oder was ist da los? Hä, was ist da los mit dem Typen? Habe ich was zu verschenken, oder wat? Doch, pass mal auf, jung. Pass mal auf, ja. Hä? Hä? Ah ja, ist klar, ne, ich ziehe ja nur auf ihn. Lol. Oh mein Gott. Ich habe einen Hidden Bug. Nein, Spaß, der ist ja in meinem Team. Hä, 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 hä. Äh, ja. So. Ähm, aber man kann es ja immer wieder versuchen, ne? Vielleicht trifft man ja den einen oder anderen, ne? Spaß beiseite. Spaß beiseite. Spaß beiseite. Aus dem Weg. Heiß und fettig. Aus dem Weg. Ich transportiere Suppe. Okay, dann nicht. So. Hm. Da sieht man es, man bekommt es echt nicht, auf die Reihe die Flag zu holen und zu erobern. Das ist schon wieder ein Ding der Unmöglichkeit, ne? Das ist wirklich... Ja, ja, eventuell sollte man überdenken, ja. Ich habe keinen niedrigen FPS-Raten. So. Gönnen wir uns jetzt mal hier erstmal was. Naja, für die letzten 10 Sekunden werde ich lieber mal nicht drücken. Das bringt mir ja nichts. Das bringt mir echt nichts. Aber Selfkill vom Feinsten. Oh yeah. So, okay. Okay, jetzt also mit Schutz gegen die Gangster hoch C hin. Ach, der nächste, der mich Noob stannet. Ich kann aber nicht so viele Screenshots machen. Leute, Leute, Leute. Äh, warte mal, warte mal. Ah ja, das muss ich jetzt irgendwie machen. Habe ich von dem Noob überhaupt schon Screenshot? Weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht. Weiß ich gar nicht. Gar nicht, ich weiß nicht. Gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Ach, das ist ja noch einer. Der ist ja noch einer. So. Go Team, go and drag yourself. Und dann ist das tot. Jetzt weiß ich aber gar nicht, ob es so wertvoll ist, wenn ich jetzt hier einfach mal so ideen umkippe. Ja, so richtig geil. So, oh yeah, baby. Hm. Ah, geil, der Screenshot ist mir da. Oh, ja stimmt, ich kann ja so einen Screenshot machen. Catching. So. Warte mal. Nochmal ein zur Sicherheit. So. Gut. Screenshot gemacht. Let's fight. Wieso, weshalb, warum ich die Screenshots hier mache, das hat schon einen tieferen Grund. Ja, das hat schon, das hat schon wirklich einen sehr, sehr tiefen Grund, wieso ich das mache. Das ist wirklich sehr, 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 sehr langweilig. Nein, es hat wirklich einen doch relativ tiefen Grund, also, wieso ich das mache, ganz einfach. Ihr werdet es in spätestens zwei Monaten sehen. Irgendwann so im Sommer. Wenn ich bis dahin aber genug Screenshots habe. Ja, das ist natürlich immer, das ist so. Nein, keine Tanki-Time, wobei es könnte eventuell, eventuell dazu führen, das ist halt so, zu so einem Thema. Oh, ich werde vergewaltigt, dass es zu sowas kommt. Vielleicht aber auch nicht, ich weiß es nicht. Frag mich nicht. Noch was! Ach ja, genau, der Super-GAU im Internet. Was da los, ey? Open SSL total vergewaltigt, total penetriert hier von hinten, so zack. Naja, was soll's. Naja, ist ja eh schon gefixt, aber es gibt noch Seiten, die halt diesen Bug-Fix, dass diese, diesen, ja, ich sag mal, diese überarbeitete, t-t-t-t-version noch nicht haben. Und das ist natürlich ein ganz großen... Also, ganz ehrlich, man, ich muss hier so viele Screenshots machen, das ist ab normal. So... Wir sind gerettet! Gerettet, t-t-t-t-t, t-t-t-t, t-t-t! wir sind gerettet je jetzt auf dem bau er hat die flage bietet ihn so weiter geht es weiter geht es next 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 what are you what's next 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 object acta wer wird da wohl solange ich habe so viele grids aus der основ gar nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Fatality. Double Kill. Triple Kill. Ne, das war glaube ich dann schon da ein Ultra Kill. Fantastic. Unbelievable. Unbelievable. Oh, da ist jemand über meine Mine gefahren. Komm, crit, 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 crit. Gib ihm. Gib ihm, Junge. Gib ihm. So. So will ich sehen, Junge. Gib ihm. Oh ja, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Aber hart, richtig hart auf die Fresse. So. So, so, so. Mann, 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 Mann. Also, ich werde noch diesen Monat sicherlich level ab. Aber wann genau, weiß ich nicht. Fass mich nicht an. Crit, 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 crit. Ole, 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 ole. Komm, crit. Naja, wie auch immer. Oh, das war glaube ich sogar ein Crit. Oh, das war glaube ich sogar ein Crit. Oh, das tut weh. Es hat mir ganz doll in meinem Herzen weh getan. Ein Herz, das ich gar nicht besitze. Gerettet, tt, 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 tt. Wir sind gerettet. Yeah. Oh, noch ein Crit. Also, Gott ehrlich, ich hau hier so viele Crits raus. We tax us. Oh, yeah. Hell, yeah, bitch. Gerettet, tt, 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 tt. Oh, yeah. Ah, 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 ah. Wir sind gerettet. Selfkill in T-5 Sekunden. Ja, wie dem auch sei. Ähm, ich hoffe, dass ihr was Wertvolles mitgenommen habt. Nein? Gut so. Es gab auch nix. Fakt ist wiederum. Bananen erhöhen den Intelligenzquotienten eines Affen um Pi minus 7,75%. Bääääh. Okay, gut. Wie auch immer. Amen. Und wir sehen uns dann mit einer heißen Tasse Kaffee. Nein, Spaß beiseite. Mit einer heißen Tasse Nudelmilch. Was auch immer Nudelmilch sein soll, ich weiß es nicht. Aber das ist halt so Milch, die halt von Nudeln gezapft wurde. Ich seh schon vor mir. Nudeln auf freier Landwiesen-Ausflugsbahn. Noch ein Crit. Junge, ich geb dem so viele Crits in die Fresse wie seine Mutter aufm Klo. Gut, na dann. Hau rein.